Heute werfen wir einen Blick auf einen Finanzskandal, der nicht nur die ehemalige Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg betrifft, sondern auch die Ehefrau des aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz, Britta Ernst. Warum ist sie plötzlich von ihrem Amt zurückgetreten? Der Rechnungshof hat einen Skandal aufgedeckt, der möglicherweise die Gründe für ihren Rücktritt erklären könnte. Britta Ernst, die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz, trat im Februar überraschend von ihrem Amt als Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg zurück. Lange blieb unklar, warum sie diesen Schritt gemacht hat. Nun kommt ans Licht, dass es um einen deftigen Finanzskandal beim Landessportbund Brandenburg geht, der auch Britta Ernst belastet. Das Ministerium von Britta Ernst zahlte dem LSB offenbar mindestens eine Million Euro zu viel Fördergeld für das Haus des Sports. Dies wurde vom Brandenburger Rechnungshof aufgedeckt, der betont, dass der Skandal noch viele weitere Kreise zieht. Der Präsident des Rechnungshofs, Christoph Weiser, kündigte an, dass der Bericht auch an die Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergeleitet wird. Die Frage, die sich nun stellt, lautet, muss die Kanzlerehefrau vor Gericht? Der Rechnungshof deckte nicht nur finanzielle Unregelmäßigkeiten auf, sondern stieß auch auf Widerstände seitens des Ministeriums. Dieses habe die Überbezahlungen nicht gestoppt und nicht zur Aufklärung der Verstöße beigetragen. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und das könnte ernsthafte Konsequenzen für Britta Ernst haben. Doch das ist nicht der einzige Skandal, den der Rechnungshof enthüllt hat. Freie Schulen in Brandenburg erhalten seit Jahren zu hohe Schulgelder, sodass Eltern mit geringen Einkommen die Bildung ihrer Kinder nicht finanzieren können. Trotz klarer Regeln, die besagen, dass das Schulgeld 5% des Einkommens nicht überschreiten darf, griff die damalige Bildungsministerin Britta Ernst nicht ein. Der Finanzskandal um Britta Ernst geht über politisches Versagen hinaus. Die Staatsanwaltschaft wird nun ermitteln, ob rechtliche Konsequenzen für die ehemalige Ministerin und Kanzlerehefrau folgen werden. Wir bleiben dran und informieren euch über die Entwicklungen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.